Transportabel und netzunabhängig. Der Full-HD-Videoskop-Satz mit Spezialkamera im Sondenkopf und sechs dimmbaren Mini-LED-Lampen. Ich habe hier ein Videoskop mit der kleinsten, umschaltbaren Kamera aktuell im Markt. Ich habe die Möglichkeit, die Sonde umzuschalten zwischen einer seitlichen Kamera und einer Frontkamera. Die Kamera selber ist ausgestattet mit sechs LEDs, die dimmbar sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt im Motor bin, wenn ich Zylinderwandungen begutachten möchte, wenn ich im Getriebe bin, wenn ich mir Zahnräder angucken möchte und dort Reflektionen auftreten, kann ich halt über die Tasten am Gerät die LEDs dimmen. Des Weiteren habe ich eine Zoom-Funktion, um das Bild mir näher heranzuholen, wenn ich Details sehen möchte. Und ich habe auch die Möglichkeit, mein Bild zu drehen. Was bedeutet, ich habe zum Beispiel eine Schrift, die auf dem Kopf steht. Dann kann ich die mittels Tastendruck mir so hinstellen, dass ich es vernünftig lesen kann. Das Gerät selbst hat einen Akku, den ich über USB laden kann. Ich habe eine SD-Karte, sodass ich Videos und Fotos speichern kann. Die Videos und Fotos werden übrigens in Full HD aufgezeichnet und auch mein Monitor ist natürlich in Full HD. Somit habe ich immer die beste Bildqualität. Att sano an seinen Dropbox. Okay, wir sehen uns nicht einfach. cliniciansッDear. Wir sehen uns nicht. Wir sehen uns nicht.